Also meine zwei Hübschen kommen hier jetzt heute zum Friseur, ein bisschen hübsch gemacht werden. Boji find's gar nicht so toll, der ist jetzt schon in der Badewanne. Hier? Doch jetzt schon, jetzt langsam kann man alles ziehen. Oh, Kopfchen. Oh, das ist ja schlecht. Maniküre, Pediküre. Volles Programm. Ready? Volles Programm. Ja. 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 Ja.